Hallo ihr lieben großen und kleinen Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heute heißt, Bodo erklärt das Pfingstfest. Warum wir Pfingsten feiern und warum der Bodo vor sich ein Stück Geburtstagskuchen und seinen Geburtstagskaffee stehen hat, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Am besten erzählt der Bodo das jetzt selbst. Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja im Ostervideo versprochen, dass ich euch heute erklären möchte, warum wir das Pfingstfest feiern. Am Christi Himmelfahrt, den viele von euch besser als Vatertag kennen, haben wir gefeiert, dass Jesus zu Gott in den Himmel kam. Nun freuen wir uns auf das Pfingstfest. 49 Tage sind seit Ostersonntag vergangen. Heute ist der 50. Tag der Osterzeit. Das kann man sich so merken. Das Wort Pfingsten kommt vom altgriechischen Wort Pentecostel und das heißt so viel wie der 50. Tag. Jedenfalls trafen sich Jesu Freunde die Apostel zum Pfingstfest. Sie saßen in einem Haus zusammen und feierten. Plötzlich kam vom Himmel ein lautes Brausen, das sich anhatte wie ein Sturm. Mensch Bodo, das hört sich an wie ein Gewitter oder ein Donnerwetter. Und was ist dann geschehen? Ja, weißt du, die Apostel konnten Jesus zwar nicht sehen, aber sie fühlten, dass er da war. Wie bei einem Geist. Der Heilige Geist zeigte sich an Pfingsten zum ersten Mal den Jüngern. Er wurde an diesem Tag von Gott geschickt. Denn der Heilige Geist ist ebenso wie Jesu. Ein Teil Gottes. Gott hat also drei Gesichter. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ui, Bodo, das hört sich aber ein wenig kompliziert an. Aber erzähl ruhig weiter. Der Heilige Geist erschien den Apostel als Flammen aus Feuer. So konnten sie ihn dann noch sehen. Danach sollten sie allen von Jesus und Gott erzählen. Sie sollten allen sagen, dass sie sich taufen lassen sollen, um zu Gott zu gehören. Sie sollten an Gott glauben und allen von seiner Liebe erzählen. In Jerusalem gab es aber Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Fast jeder sprach eine andere Sprache. Damit aber die Apostel jeder verstehen konnte, machte der Heilige Geist, dass sie jede Sprache sprechen konnten. Sofort rannten sie aus dem Haus und erzählten jedem die Geschichte von Jesus. Manche der Bewohner Jerusalems lachten über sich. Sie hielten es für Unsinn oder einen Witz, was die Apostel sagten. Sie sind vom süßen Wein betrunken, veralberten manche die Apostel. Petrus, einer der Apostel, stand auf und erhob seine Stimme. Diese Männer sind nicht betrunken, ermahnte er die lachenden Menge. Er war wütend darüber, dass die Leute ihm nicht glaubten. Er erklärte ihnen, dass Gott ihnen dabei geholfen hatte, in einer anderen Sprache zu sprechen. Außerdem war es auch Gott, der Jesus wieder lebendig gemacht und ihnen den Heiligen Geist geschickt hatte. Als die Leute das hörten, tat es ihnen leid, dass sie zuvor über die Apostel gelacht hatten. Sie glaubten nun, was ihnen gesagt wurde. Und sie wollten nun auch zu Jesus gehören und den Heiligen Geist spüren. Sie alle ließen sich auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist taufen. Sie waren nun eine Gemeinschaft. Halt, Stopp, Bodo! Man könnte also sagen, dass Pfingsten auch der Geburtstag der Kirche ist. Nicht wahr, Bodo? Ja, weißt du, deshalb habe ich hier auch ein Stück Geburtstagskuchen vor mir stehen, weil ich gleich noch ein wenig den Geburtstag der Kirche feiern möchte. Seit dem ersten Pfingstfest hat sich der Glauben und die Kirche in der ganzen Welt verbreitet. Und viele Menschen lassen sich taufen, um Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Ja, liebe Kinder, nun wisst ihr, warum die Christen Pfingsten feiern und die Kirche diesen Tag als ihren Geburtstag ansieht. Bodo und ich wünschen euch und euren Familien ein gesegnetes Pfingstfest. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und seid wieder dabei, wenn es heißt, Bodo erklärt frohen Leichenlern. Tschüss, bis bald.